Hallo, ich bin Edoardo, ich bin 26 Jahre alt. Ich komme aus Brasile. Ich möchte sagen, dass ich sehr glücklich bin bei der FC Ville hier. Ich bin ein Centrokampiker. Wir freuen uns natürlich, dass wir Edoardo für den FC Ville gewinnen konnten. Ein Spieler mit einer interessanten Vergangenheit. Ein Spieler, der auch schon einiges nachgewiesen hat. An Qualität, mit dem entsprechenden Leistungsnachweis. Jetzt geht es für ihn einfach hier in Ville, wie der Fuß zu fassen, im bezahlten Fußball. Wir werden ihn dabei unterstützen. Wir sind sehr neugierig, wie er diese nächste Zeit meistern wird. Wir sind hier schon ein paar Wochen. Wir sind hier sehr gut. Wir sind hier in Svizzera. Ich habe keine Partie gesehen. Ich habe sehr gefallen. Ich habe sehr gefallen. Es war sehr schnell. Ich denke, dass wir hier etwas hervorragend machen können. Ich denke, dass wir mit den Kampagnen, dass wir unser Objekt erreichen können. Was er natürlich hat, ist ein sehr, sehr gutes Stellungsspiel in der Balleroberung. Das macht er sehr, sehr gut in vorderster Linie. Er hat ein gutes Kopfhalsspiel. Er hat auch einen guten Schuss. Also er bringt schon einiges mit, was er darauf deuten lässt, dass wir uns von ihm einiges erwarten können. Aber natürlich, es bedarf seiner Zeit. Wir dürfen nichts überstürzen und Step by Step aufbauen, damit er hier einfach zu alter Leistungsform zurückfindet. In meinem Leben habe ich viele Spiele gemacht, in vielen Ländern. Aber ich denke, dass ich viele Dinge gesehen habe. Und nach einem schwierigen Moment in Brasile, wo ich ein Jahr hatte, bin ich bereit. Und ich möchte mich für die Gesellschaft und für die Verwaltung interessieren. Und ich möchte den Kampagnen zeigen, und allen Tifanten, die in einem anderen Tag noch erreichen können. Von der Persönlichkeit ist es einer, der schon im Training angedeutet hat, welches Talent und welches Potenzial er in sich drin hat. Und jetzt heißt es für uns im Staff, ihn wieder in den Trainingsrhythmus, Trainingsablauf zu bringen und ihn dann auch über Spiele wieder heranzuführen. Die Sache, die mir die meisten gefällt, ist, dass wir eine junge Mannschaft haben. Es ist sehr wichtig, dass wir arbeiten, nicht nur bei den Tagern, sondern auch bei den Spielern. Wir werden nicht mehr stoppen. Das ist wichtig. Und heute ist der Kampagnen sehr physisch, sehr schnell. Ich denke, dass diese Mannschaft ist, dass wir hier in der Kampagnen dass wir hier in der Kampagnen dass wir hier in der Kampagnen haben. Wir sind alle gute Mannschaft. Wir haben eine Familie, wirklich. Ich bin seit kurzem immer einer der Familie. Ich glaube, dass wir hier in diesem Jahr können wir hier in der Kampagnen Ich bin seit kurzem. Ich bin seit kurzem. Ich bin seit kurzem.